ein guter wie hallo alle miteinander da sind wir wieder also da war man noch nie wir spielen scriblio und zwar wird es in der an cut freak ich mach das mal in der reihenfolge der sachse hier ist das gelb gesicht die phoenix hat die pseudonymer und der schutzfuchs ist dabei genau so wir hätten das noch mal starten das spiel jetzt dran was müssen wir dann jetzt machen wir müssen ich mag dass die wir müssen schreiben was er mal ist deutsch okay wie soll es bei mir alles auf englisch stand also am anfang englisch eingegeben hast ich habe deutsch ausgewählt tasse die kaffee also ich darf nicht sagen nein wäre nicht schlecht was er trinkt den tee also bitte niemand kann es auch kaffeelöffel schreiben weil sie nicht funktioniert kaffeelöffel haben die echt geschrieben bei dem kaffee gerd wer ist dran ich sollte nicht mal es geht von unten nach oben okay nur das ist rot ja klick 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 hat ein bisschen gedauert aber die für nichts ich habe eigentlich auch auf englisch umgestellt okay ich habe es auf deutsch nicht eigentlich auch aber bei dir jetzt auch auf englisch angezeigt oder was schnauzer easy easy warum weiblich was weiß ich doch mal nach was ist das für ein symbol ist eine mathematisches symbol danke ich habe es nicht ich habe mein schaltee latte gesoffen was soll das sein alter ja gut das zweite ist das erste ist kann ich sagen ein anderes das erste ist eine frage das erste ist ein frage und das zweite ist ein corona-virus das erste sieht aus wie ein raumschiff nein das ist aber eine frage ich habe erst an die sims gedacht was ihr seht übrigens oben wie viele buchstaben das wort hat ne ach das das ist mir jetzt ich kann aber nicht malen macht nichts kann keiner hier wirklich so also nicht mit der maus also ich nicht ja 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 also dann so ja ich weiß nicht Das ist doch logisch. Das ist die Ansicht von unten. Das ist jetzt die... Von oben drauf? Von der Seite. Nee, ach stimmt, von oben. Mit drei Buchstaben? Ich komme nicht drauf. Hä? Ach Quatsch, ich bin so doof. Ich habe C. Arm. Arm, wie so ein Arm. Ich weiß nicht, da kommt noch was. Der Schutzfuchs. Was ist das für Wörter? Oh, ähm. Ähm, ja. Wenn es einfach mal bin geht, dann lache ich mich tot, Alter. Mit Zirbeldrüse. Ja. Ja, geht doch. Ein Astronaut. Ja, er sah so aus. Nee, er sah aus wie ein Tampon, also. Sagst du ohne Haar? Ja, habe ich gemerkt. Die Alternative dazu war vergessen. Also, ich weiß jetzt nicht, wie man vergessen-Seichen ist. Oh, hätte ich genommen. Hätte ich 14 und 10 Aufnahme reingeschrieben, keiner ist da. Was soll das sein, Alter? Ja, ich weiß nicht, 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 ich weiß nicht Und ich wundere mich, warum es nicht geht, Alter. Oh, schön. Oh, schön, ey. Deutsche Sprache, schwere Sprache, Alter. Oh, nee. Was? Ich glaube, wir machen das demnächst mal mit Fachbegriffen, Alter. Oh, das wäre voll geil. Was zum Wobberausch. Hä? Hä? Nichts reimt sich auf Farbe. Danke. Sag, sie weiß es. Harry Potter. Fokussiert auf dem Kitzschlauch, Alter. Oh, oh. Oh, geil. Zum Beispiel ein Lean-Monster, oder was? Jetzt erkennt man's. Jetzt erkennt man's. Die blaue Hose, die war wichtig. Oh, Gott. Peter, es ist zu lang. Was soll das sein, Alter? Was soll das sein, Alter? Hä? Äh, Mixer, äh, das ist ne Küchenmaschine. Ich glaube, bestimmt nicht. Bohrer. Äh, das ist ne Küchenmaschine, oder was? Hä? 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 Löff. Ist das ne Küchenmaschine, oder was? Äh, das ist ne Küchenmaschine, oder was? Was? Hä? Ich verstehe gerade. Aladin, aladin, ala, 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 aladin. Wie kamst du jetzt von Taubstieder da drauf? Ja, aber, hä? Welches? Ja, aber, hä? Na, Wunderlampe. Ach. Ja, ich hab's gerade geschrieben. Ich hab's gerade geschrieben. Was ist das? Nippelmann! Von Antichrist auf Batman. Let's hold the Jeans Batman. Nächstes Buchstaben. Nein! Wie hast du das rückgängig gemacht? Da gibt es einen Mülleimer. Ah, da machst du aber alles mit weg. Ja, sieht so aus. War ja auch falsch. So, jetzt. Oh! Ja! Was? Anka hat keine Hinweise. Du, 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 du. Ach, nein. Du, 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 du. Du, 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 du. Ah! Löwenzaun. Ich wollte gerade Gänzeblümchen schreiben. Ich denke mir, das ist Löwenzahn. Der berühmte Löwenzaun. Wieso hast du Hodenkobold geschrieben? Der Wohrdosen, so. Der Jeschow. Fertig. Hä? Ah! Was? Nee. Ihr Schweine! Jetzt hat der Schutzfuchs einen Ohrwurm. Ja, hab ich. Das ist aber ein Riesenabzess. Damit würde ich mal zum Arzt gehen. Ah, okay. Oh, weint der. Da stehen zwei auf dem Schlauch. Oh. Ach Mann, der sollte noch sonst eine Mama rufen. Ach, ne Brille. War doch logisch. Ich hab gedacht, hat aber eine komische Farbe. Wie geht's? Der Bicke. Der Bicke. Der Bicke. Der Bicke. Der Bicke humor. No. No-no. Ich frisse! Hä? Ein Haar mehr. Ja, ich weiß. Ach so, ja dann. Ha! Ich hatte gerade, bei mir stand gerade Stroh und ist closed. Ach so. Die Strohalben. Entschuldigung. Ich kann nicht so schnell töten wie ihr. Oh. Bop. Bop, 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 bop. Hä? Was ist das? Was? Hä? Oh, Fatsches. Ja, okay. Hä? Du machst dir doch die Schnürsenkel zu. Dann machst du ein... Schlechtes Beispiel. Blatt vor Schluss. Jetzt kann ich das. Dann hast du mich gehabt. Schnürsenkel machst du eine Schleife. Ja, aber vorher machst du einen Knoten. Oh, wir nehmen das. Das ist cool. Ja, wie male ich das am besten? Das ist doch easy. Ja. Ja, aber hä? Der Gespenst? Weil der Puh stand. Ach so. Da stand Puh als erstes. Ja, ich musste erst mal gucken, wie ich das hinmale. Das ist gar nicht so einfach. Ich finde, du hast das sehr gut gemacht. Danke. Okay, ja. Ich nehme es. Ausprinzip. Ich nehme das jetzt. Menstruationstasse. Nee. Sorte. Nee, das sieht doof aus. Na, das ist auch scheiße. Hä? Ja, aber das passt doch nicht. Ernsthaft? Ach, das soll... Ich dachte, das ist ein Gebiss. Wie schreibt man das? Ich weiß nicht. Oh, was macht ihr denn hier? Bin ich dumm? Ah, mit K. Scheiße. K. Scheiße. K. Scheiße. K. Scheiße. K. Scheiße. K. Scheiße. Das ist auch schön für wir alle. K. Scheiße. Ach was. Ich dachte, das wäre ein Gebiss, Alter. Das hat so Bögen. Das hätte von den Buchstaben aber gepasst. Mehr Augenblick. Ach so. Sehr schön gezeichnet. Ne? Ja, damit kann ich schon eher was anfangen, wirst du? Ach, ich dachte jetzt, was haben diese Punkte mit diesem da unten zu tun? Ich sagte doch, oder warte. Ah, schön. Was? Ohne Raute, dann geht's. C-Hashtag. Das könnte auch ein Kürbis sein, das ist recht. Aber ich finde, er hat das schön gemalt. Ja. Er sieht aus wie ein Kürbis. Oh Gott. Deswegen habe ich ja rot gewählt, nicht orange. Ich hoffe, es wird mir vorziehen. Das ist wahrscheinlich eins von den Custom-Wörtern. Was soll denn das sein, Alter? Phoenixa. Was denn? Hast du da nicht reingeschrieben? Nein. Ignorier's einfach. Mir fallen bald keine Wörter mehr ein. Was ist das? Was? Was ist das? Das vorletzte B. Was soll denn das sein? Was soll denn das sein? Was ist das? Was soll das sein? Bambi, du sollst verarschen. Deswegen wäre kein Hase. Aber wann Hase? Ich dachte, das wäre ein bisschen. Alter. Na gut. Bambi hat Ohren. Sei du bereit? Schnauze. Ja. Ich sag doch, er ist ein Künstler. Der Bauer müsste es kennen. Da gibt's verschiedene. Es gibt aber nur eins. Was? Roggen? Es gibt nur eins. Es gibt nur ein Weizen, wie das so aussieht. Oh, schön, ey. Vielleicht noch ein Bier daneben machen. Ich wollte ja eigentlich was anderes nehmen, aber der hat ja auch für mich ausgewählt. Ich war zu langsam. So. Scheiße. Scheißspiel. Ich bin auch noch dafür. Obwohl, fangen wir mal einfach an. Am Anfang. Oh. In Ohr. Ohren. Was? Wir zwei denken ähnlich. Alter, was auch du immer malst. Weil dir doch gut ist, wenn du dafür so viel Zeit für brauchst. La 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 la. Oh shit, ich habe noch zehn Sekunden. Was soll das denn sein? Dampon. Oh, jetzt machen wir ein bisschen Spaß. Ja, sorry. Ich habe Schutzfuchs geschrieben. Zählt das nicht? Warum steht es? Oh, das stimmt. Sehr schön. Ich dachte, der Fuchsschwanz ist eindeutig. Dass das ein Fuchsschwanz sein soll, habe ich nicht erkannt. Weiße Spitze? Mutterschwanz? Passt drauf. Wird das geschrieben so? Nee. Ich bin prinzipiell schon fertig. Ah! Hä? Das ist doch easy. Ah, okay. Ach, Mann. Der neue Schornstein. Der Schornstein-Plus. Ein Plus, genau. Das ist the next level. Oder Schornstein. Ja, Schnauze. Jetzt er vergessen. Schornstein. Schornstein-Plus. Das ist schön immer so. Hashtag. Also. Oha. Los. Oh. Yes. Oha. Hatte der Foxy vorhin. Was ist denn das? Ja, das hatte der Foxy vorhin. Nein, das war sie noch. Achso. Das ist eine Zwei. Benutzt man auch beim Angeln bei Sea of Thieves. Was ist denn Ohrhaken? Du hattest einen Ohrhaken? Oh. Oh. Ach, der Scheiße. Ohrenschmalz. 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 Das wird lustig. Hä? 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 Was ist das? Hä? Was soll das sein? Das Kassler-Tier oder was? Was? Ah. Was? Hüftgold Gürteltier, Alter Mal doch einfach ein Gürteltier Ich hatte noch Geburtstag Herzlichen Glückwunsch Ja Es war ein Gürteltier Es war ein Tier mit einem Gürtel Was? Hä? Katsch Sehr schön Die Beatles Da wurde die über die Kreuzung Und über die Streitung Stimmt, von oben Hä? Kommt da noch was? Du bist fertig Das muss ich ja nicht so, glaube ich Hä? Bewerben Sie sich jetzt Wir rufen Sie an unter Männlich werben nicht divers Ach so Das ist auch mal eindeutig Ach du Scheiße Viel Spaß Boah, nee, dann nehmen wir das Das soll mehr sein So, mal ein bisschen schöner malen Ähm Ups Ein U-Bot Ach scheiße Yes Was? Ihr müsst euch das im Winter vorstellen Auf dem See? Ich im Winter Das ist kein Nein Nee, passt okay Nein, auf dem Wasser Nein Das ist okay, dann auf dem Wasser Was weiß ich, wie das Ding Darum geht's Das hätte ich jetzt nicht gedacht Das wäre super Ja Ich weiß aber, wie du auf Winter kommst Nix Winter Meer Sonne ist Sonnenschein Hä? Wieso Winter? Nix Winter Steht doch Ski Jet Ski Ach so Oh no Erstmal wieder von der Fuchsfarbe wechsel Egal Zack, zack, zack Muss das so schräg sein? Hä? Arme, Arme Was soll das sein? Staub Doof Ist auch schön Doof Ich hab doch Sturz geschrieben Wo? Wo denn? Warte, ich hab Sturz geschrieben Unfall Fall Starb Hab ich nicht Sturz geschrieben? Nein Ist das denn dein Ernst? Okay Da hab ich gedacht, ich hab das geschrieben Blau Sehr gut Der Himmel ist blau Oh mein, wie ist denn das? Ich hab das noch mal Äh Äh Ariel Findet Nemo Genau, Ursula von der Leyen Ach mein, wie hieß denn das? Sind doch auf jeden Fall scharfkantig die Dinger Ja, ich komm nicht mehr auf den Namen Koralle Das ist der Jan aus den Ods Ja, Koralle Koralle Scheiße Das ist ja schon die letzte Runde Ja Ich hab das Gefühl, die sagen gar nicht mal schwerer Ach, schon wieder ein Gesicht Oh Davon könnte er ignorieren Der sollte gar nicht so böse gucken Echt, das ist es? Cool Hätte ich nicht gedacht Was? Ah Ja, okay Gibt's ein Lied? Was denn? Was? Ah, okay Da sagst du nichts mit zu tun Nee So was kenne ich mich nicht aus Bekissen 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 Der hat echt so rot Und dann laufen die Augen Ich dachte, der wäre voll sauer Ich hab gedacht Bist du in der Kaffee Der sollte nicht so sauer gucken Der sollte eigentlich halt bekifft gucken Aber das hab ich nicht so ganz hingekriegt Hi Nein Google Datenschutznutzer Nein, geh weg Das ist die perfekte Welle Das ist die perfekte Welle Mist, wieder auf den fünften gefallen Scheiße Achso, ich müsste auch mal warten Ach, das sagst du mal halt Hm Hm Nein Hä? 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 Ich dachte mir, weil die Fenixa hat Eiche geschrieben, habe ich geschrieben, Eiche. Ah, okay. Ah, jetzt. Ich musste oben erst mal die Buchstaben, Alter. Dafür habe ich keinen mit. Das machst du wunderschön. Schweiß. Ich finde es anroh. Wie heißt denn das hier? Wie heißt denn diese Pflanze, die auch so ähnliche Blöcke hat? Da hat die ja sogar den richtigen Buchstaben fast. Ja, ja. Achtung, geht los. Okay, ein bisschen übertrieben, aber das gehört nicht dazu da oben. Easy. Busfahr. Ich kann das gar nicht so gut da hinmalen, aber... Ich finde, du malst das sehr gut an. Ach, das gehört dazu. Was auch, dann machen wir hier noch was dran. So. Ich finde das sehr gut bezeichnet. Hä? Habt ihr alle vor euch, Mann? Ah, die Tastatur. Ah, die Tastatur. Ah, ja. Yeah. Ja, das Solonym hat gewonnen. Danach der Hischo, dann die Felixer, dann Icke, dann der Foxy und dann der Sachse. Ah, das hat Spaß gemacht. Ja. Hat Spaß gemacht. Komm, wir sehen uns nochmal. Bis zum nächsten Mal. Ja. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.